Gemeinsam mit meinem Bruder habe ich dieses Unternehmen vor 22 Jahren gegründet. Die Spezialisierung unseres Unternehmens liegt auf der Küche und die Küche hat heute einen ganz anderen Dominanzbereich oder Wertigkeitsbereich im Wohnbereich für den Kunden, für den Konsumenten bekommen. In dem Möbelbau, wo so eine Küche aufgebaut wird, kann natürlich immer irgendwas passieren. Ob das ein Fußboden ist, der zerkratzt wird, ob das eine Wasserleitung oder Stromleitung ist, die angebohrt wird und da braucht man natürlich den entsprechenden Versicherungsschutz. Also wir sind seit über 35 Jahren Kunde bei der Helvetia und für uns hat einfach gepasst, dass wir da ein Gesamtpaket haben. Wir gehen davon aus, dass wir perfekt versichert sind und wir haben damit sozusagen einen ruhigen Schlaf. Das wurde in unzähligen Malen bewiesen und deswegen sind wir dort zufrieden und bleiben auch dabei, ganz treu. 8. Bis zum nächsten Mal.